Das Kurhotel Bad Ramsach, eine Oase der Erholung inmitten der Natur. Das neueste Motto vor Ort lautet, schlank im Schlaf. Eine Kur, die es schweizweit nur hier gibt. Nachtruhe allerdings genügt nicht, das wird den Teilnehmern schnell klar. Wir haben jeden Tag ein Programm, das ist aber freiwillig, man muss es nicht machen, aber ich finde es gut, ich nehme daran teil. Am ersten Morgen war um 7.30 Uhr Morgengymnastik, da habe ich natürlich gedacht, oh je, vor dem Frühstück, ob das was für mich ist. Aber die Ursi hat das so toll gemacht, also die hat mit uns so ein bisschen Mobilisationsgymnastik gemacht, alles was so ein wenig eingerostet war in der Nacht, hat sie wieder in Bewegung gebraucht. Und ich bin jetzt jeden Morgen aufgestanden und habe das gemacht, weil es wirklich Spass macht. Und dann gehen wir immer zusammen zum Frühstücken, das ist ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Und auch, was ich ganz klasse finde, ich darf mich bei jeder Mahlzeit satt essen. Also ich muss nie hungrig vor dem Tisch aufstehen. Auch vom Hotel aus gibt es immer Nachschub, auch beim Mittagessen, beim Abendessen. Also es muss keiner hungrig gehen. Und das gehört eben auch zu diesem Konzept dazu. Dann schafft man das nämlich die 5 Stunden, die dazwischen liegen müssen, ganz wunderbar ohne Essen. Der Vormittag bietet den Teilnehmern Atem- oder Wassergymnastik, Fitness und Massagen aller Art. Ich bin die Betreuerin der Schlank-im-Schlaf-Woche und bin zuständig für die Ernährung und Bewegung. Schlank-im-Schlaf ist eine Insulin-Rennkost nach Dr. Betlef Pappe. Es ist eine alltagstaugliche Methode, um das Gewicht wieder ins Lohn zu bringen. Unsere Köche verwöhnen sich mit interessanten, geeigneten Gerichten. Die Kost ist sehr ausgeglichen, sodass man nicht irgendeinen Mangel erleiten muss. Für den Mittagessen finden wir eine wunderbare Mischkost auf dem Teller. Und für die Nacht schalten wir die Weichen völlig auf die Fettverbrennung. Also schalten wir Kohlenhydrate aus und nehmen eine Eiweiss- und Gemüsmahlzeit zu uns. Das ist sättigend. Der Insulinspiegel bleibt tief. Und die Fettzellen können ihren Inhalt über die Nacht leicht verbrennen. Das ganzheitliche Gesundheitsprogramm wird abgerundet. Das ist ein interessantes Bewegungsangebot. Schlank-im-Schlaf. Die Gesundheitswoche in Bad Ramsach ist ein vielversprechender Anfang für eine dauerhaft gesunde und schlankmachende Lebensweise.